Hier wird ein 13S 47V Akku refreshed. Das sind 13 Zellen in Serie, die zum Schluss 47V ergeben. Wir sind jetzt schon bei 40,81V. Und der war komplett auf Null, dieser Akku. Das Ganze funktioniert über den ReMF, der hier mit derzeit 44V angesteuert wird. 51V ist Input, direkt vom Akku vom Hausspeicher. Ja, mit 50 Volt gehen wir da rein und refreshen das System. Das Ganze funktioniert über den ReMF. Das Ganze funktioniert über den ReMF.